Brasilien gegen England. Hier ist das Nuevo Los Carmenes. Es melden sich Wolfus und Hansi Küpper. Ich sage dir und den Zieschauern ein herzliches Hallo, Wolf, verbunden mit großer Vorfreude auf ein großes Spiel. David Luiz, Ramirez. Ein Versuch aus der Alpdistanz. Schlichtweg nicht platziert genug. Sie könnten es auch spielerisch lösen. Könnten versuchen bis vor das Tor zu kommen. Sie versuchen es eher aus dem Rückraum. Muss den Ball nach vorne bringen. Glenn Johnson. Pfanne ist oben. Damit haben sie eine gute Möglichkeit für Dani in Führung zu gehen. Und jetzt Paulinho. Dani Alves. Kulk. Oskar. Und jetzt Ramirez. Filipe. Der geht aufs Tor. Und wieder ist der Keeper zu Stelle. Also langsam steigert sich der Kollege im Kasten da aber rein. Eine grandiose Rettungskart nach der anderen. Kulk. Und jetzt Paulinho. Der kommt wunderbar durch. Das ist eine gute Chance. Der ist drin. Und damit geht Brasilien in Führung. Wie wichtig dieser Bursche für diese Mannschaft ist, das hat er hier mit diesem Traum-Solo unter Beweis gestellt. Toller Solo-Lauf. Neuer Spielstand. 1 zu 0. Sie führen. Sie sind im Vorteil. Und der Gegner hat ab jetzt den Druck, denn der braucht den Ausgleich. Langer Pass nach vorne. Und jetzt Fred. Und jetzt Ramirez. Er bekommt den Pass in guter Position. Da schnappt er sich den Ball. Oxlade-Chamberlain. Versucht weiterzukommen. Der Ball kommt durch. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Okay, er ist derjenige, der die Chance vergibt, aber seine Mannschaftskameraden müssen sich natürlich die Frage gefallen lassen. Warum helfen wir ihm nicht? Der Mann mit den tausend Händen heute. Als Angreifer wirst du da langsam wahnsinnig. Das ist einfach unfassbar, was dieser Bursche im Moment zeigt. Da kommt die Flanke. Jetzt kann er doch mal draufhalten. Total verzogen. Erst macht er alles richtig. Er erarbeitet sich diese Chance. Und dann vergibt er sie fahrlässig hoch 10. So, ohne abgefangen. Da ist er dran. Versucht die Gasse zu finden. Wer kriegt denn den Ball? Da ist die Chance. Da ist es passiert. Und jetzt ziehen sie davon. Also Kompliment gegen so ein Zuspiel kann keiner was ausrichten. Sie versuchen ihn abseits zu stellen, aber sie schaffen es nicht. Der Treffer ist völlig regulär. Das ist das Ende der ersten Hälfte. Trotz der Führung kann man doch nicht zufrieden sein. Das Ergebnis ist mit ihnen. Aber sie machen das Spielfeld kleiner als unbedingt. Nach Durchgang 1. Also steht es 2 zu 0. Und jetzt die zweite Hälfte. Wir beginnen diese zweite Hälfte mit gewissen Erwartungen. Mal sehen, ob sie ihre Überlegenheit über die Pause mitnehmen kommen. Brasilien gegen England. Jetzt hat er die Chance. Und drin ist er. Und so langsam aber sicher kriegt dieses Ergebnis hier groteske Züge. Damit also steht es 3 zu 0. Girard. Abgefangen. Bolinio. Er vergibt die Möglichkeit, aber sein Gefähr. Er hatte keine Anspielstation. Er musste es alleine versuchen. Abgefangen. Er ist unterwegs. Das ist ganz bitter. Sie haben sich diese Chance wunderschön herausgearbeitet. Und die haben sie großartig liegen lassen. Philippe. Blaine Johnson. Thiago Silva. Zauberer Annahme. Jetzt kann es probieren. Ne, so wird das nix. Lennon. Und jetzt Paulinho. Ah, da muss der Ball besser kommen. Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Da kommt der Schuss. Keine echte Gefahr für den Kasten. Da haben sie ganz schnell umgeschaltet. Wunderschönen Konterfußball gespielt, aber das Ding nicht reingemacht. Trotzdem eine schöne Aktion. Und jetzt Thiago Silva. Dani Alves. Und jetzt Ramirez. Fred. Philippe. Und jetzt Fred. Gut abgefangen. Er steckt ihn durch. Sie suchen nach Räumen. Versucht ihn nach hinten zu spielen. Der Ball ist im Haus und es gibt Absturz. Die letzten fünf Minuten laufen. Er versucht ihn da durchzuspielen. Und jetzt Lescourt. Er schlägt vor. Jetzt hat er Platz. Was macht er? Möglichkeit vor der Außen. Hier kommt die Hereingabe. Und das war's. Die neue...